ich heiße sie herzlich willkommen zu einem neuen stream heute wollen wir streamen und das bedeutet dass ich streamen werde ich hoffe ich habe nun klar genug gestellt dass ich heute streamen werde aber für die dies noch nicht verstanden haben ich werde heute stream so vielleicht aber auch zu einer anderen musik wie wärs das wer ist damit ich heiße dich herzlich willkommen ja ich hätte gerne backfisch bringen vorbei was machst du heute steht das nicht im titel da steht doch was ich heute mache weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ja wir haben gestern tolle dinge geschafft wir haben das gemacht bis in maschinen diese maschinen sind maschine ich und ja maschinell sind sie auch ja ich habe die antwort streamen erwartet ich bin maßlos enttäuscht ok aber stream werden wir heute auch ja man könnte das mal in angriff nehmen eventuell eventuell könnte man dies tun aber ich glaube das wäre was fürs wochenende da werde ich heute gar nicht die aufmerksamkeitsspanne für haben hier ist nichts mehr drin das ist doch schön was hast denn gebaut nur scheiße wenn du bist ja doch da ich dachte bis heute wieder bei deiner sekte deswegen habe ich heute nichts geschrieben ich dachte der ist sowieso ganz woanders kann ich nicht eigentlich so ein conversion kit bauen ach so das ist wo ich sowieso alle ja gut dann hat sich das sowieso erledigt das ist ja relevant erst nächste woche was hast denn jetzt gebaut was ich gebaut habe ich nenne es elite enriching factory was vielleicht auch schon mal gehört die ist elite und enriched ah nein habe ich den überhaupt noch signale lumium ja ich habe noch lumium apropos lumium da könnten wir auch noch was machen da könnten wir noch was in betracht ziehen fällt mir gerade ein was wir noch machen könnten ja erstmal brauche ich noch ein bisschen ströme die wir überall haben aber nicht hier so das kriegt der und dann das und das und das und das jetzt ist natürlich nur die frage mach ich da full speed rein oder könnte ich doch ja da habe ich aber glaube ich nichts oder da kommt kein zweit produkt raus ne dann mache ich erstmal full speed und dann können wir immer noch mal gucken ich kann das ja notfalls immer noch wieder um ändern brauchen wir nun mal wieder die dinger die dinger ich habe keine calculation mehr das ist jetzt natürlich auch ätzend aber gut kann man nichts gegen tun außer wenn wir hier machen klinger sowie willkommen im stream schrei nicht so so dann machen wir oben input wieder hinten output so wie gehabt dragon dich heiße ich natürlich auch willkommen so viele schöne menschen und fail master so dann kann das ja hier rein das ist ja das wäre das nächste was wir bald mal automatisieren könnten die dinger hier unter anderem ich hätte aber noch ein paar andere ideen so wenn ich die jetzt hier rein lege dann funktioniert das was ja schön ist jetzt nicht schnell weil jetzt keine karten drin sind aber hier kommt ja nur nitre rein und sonst nichts hier kommt sticky rein hier kommt slicken rein hier kommt alles andere rein opal brauche ich noch und hier kommt dies rein das ist ja wunderbar ist das wunderbar das läuft alles seinen weg und der weg ist schön so mhm das ist toll doll 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 gorbatschow ist heute gestorben oder gestern der weg ist auch steinig und schwer ja das sowieso das sowieso mein freund das sowieso äh ja damit hätten wir das schon mal so weit in gang gebracht was ich eigentlich jetzt machen könnte wäre mal ein alloy smelter den hatten wir ja noch nicht ne yeah starwolf willkommen im stream und vielen lieben dank für 25 monate abonnement ich fühle mich geehrt verdient hätte ich es wahrscheinlich nicht so ja also machen wir das mal ah hier ist das ok doch doch das sehe ich so doch so na gut du hast mich überredet ja klingt fair mhm 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 ach da war ja was im brug noch ein kapazitore mhm 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 20 prozent was stimmt denn nicht mit dem bin ich nicht leise ist besser ja bin ich auch ich kann die sache nicht im system packen das ist noch nicht mein problem oder wird auch schon nein ist nicht was werde ich damit 40 schmalen stein setzen deinen garten verschönern ich werde dich direkt einfach bannen weil du creative only items sitzt im inventar habe ich ja gar nicht so habe ich das lieber damals auch mit nils gemacht ich habe dem die sache zugesteckt so klingt fair ach ja das war ja so ich verstehe was wäre denn wenn ich dann machen wir doch jetzt einfach mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ich fange jetzt einfach an mit einem gold einen klostein und eine rot stein machen was jetzt muss ich jetzt umstellen auf processing pattern das macht eine energetik ja ein nicht 26 einen einen so jetzt 26 gemacht dann kommt dort da rein so mache ich äh ne ist eigentlich egal aber der muss ich nur mal eben gucken wenn ich jetzt da ran gehe dann müsste ich jetzt energetik ja wenn ich jetzt sage ich möchte 10 machen und mache jetzt einfach mal 10 dann macht er die muss ich dann nur extra inputten ne oder kann ich eventuell das auf push stehen ne dann nimmt er wahrscheinlich nichts mehr an ne ich werde möchte import was aber was war jetzt import war das an hilation oder formation ich glaube es war an hilation und gleich müssen meistens ist aber das andere ich sag das was es ist okay du hattest nicht recht es war nämlich an hilation aber das habe ich doch gesagt nein hast du nicht so machen wir das so ich steche hier nebeneinander jetzt war nicht egal jetzt muss ich nur wieder kapazitoren da reinsetzen ich mache jetzt ein pattern für vibrant Vibrant ist Ener... Ener... Energetik... A. 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 B. Und eine Enderperle. Eine Enderschmerle. Eine Enderschmerle. Eine Schlussperle. Guten. A. So, da müsste ich die aber auch hier reintun können. Wenn ich jetzt hier ran gehen müsste da ... G. A. 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 Aber dann weißt du ja gar nicht, welcher welcher ist. Sobald ich ein Rezept reinlegt habe, schon. Aber dann weißt du ja gar nicht, welcher welcher ist. So, welcher ist... So, Pattern. Sag jetzt nicht, der Creeper, der explodiert ist. Äh, der Creeper. Ey, wo kommen die ganzen Mistviecher her? Ja, 4-4-2. Was könnte ich denn noch da rein machen? Wie wäre es denn zum Beispiel mit Darksteel? Das wäre einmal Stahl... ...und Obsidian. Glaube ich. Ist das denn eine von Stahlproduktion? Nö. Aber ich mache das Rezept trotzdem schon mal. Wo ich ja nur gerade dabei bin, ne. Was könnte ich denn noch rein machen? Elektrical Steel würde Sinn machen. Mhm. Ja. 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 Angenommen, ich würde jetzt... ...vibrant Capacitor machen. Da müsste er ja eigentlich alles automatisch craften. ich jetzt Vibrant nehme und jetzt sage ich mach mir 100 Stück nur mal so rein hypothetisch jetzt gut dass das fehlt ist klar und starr ja gut das wäre jetzt aber das wäre ja ansonsten würde er alles jetzt automatisch machen das ist doch schön dass das schon mal so klappt wie ich mir das vorstelle jetzt kann ich nämlich diese Erze alle verarbeiten ich muss die Frage verarbeiten die Erze das denn naja das ist mir egal so wenn ich dich jetzt da heranschmeiße wo platziert hätte ich da oben okay und da so dann kommst du mal weg und du mal weg dann schnapp ich ich will meine Karte wo hab ich die denn gar nicht da Strom M.E ich hab Interface platziert das freut mich und ich wundere mich warum das so komisch aussieht ich bin gerade am General Series spielen hab die Basis ein bisschen hergerichtet und den Skinshot geschickt ach so Mist ah und in der Chest Chest ich heiße Chest nein heißt so nicht na gut okay ich dachte ich heiße Chest so Energy Input hab ich unten so was ich jetzt aber noch machen kann ist das ich bräuchte blaue Wolle und Diamanten da hab ich schon mal Fassade 1 und hier Fusing und hier Schmelzing ich rohre noch und Kabels und andere Auroras und roche dann nochmal zwei Interfaces was sagt der Chest ist leer okay dann hab ich einmal wie benenn ich die denn mal Johnny oder hast du die Johnny benennnt Melting 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 Infusing Crushing 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 mit H mit H und Enriching so bedeutet dies Melting dann packe ich mal packe ich mal Pasa jetzt hab ich ein volles Emmental auch nicht schlecht ähm Dörter kommt mal weg das ist noch nicht Dörter dann hab ich die Arme Dörter darauf erstmal den Stolzogern machen hm jetzt hab ich Schmelting Infusing Crushing Enriching DOT て bis 3 B oder Bis zum nächsten Mal.